Ey, warte, ich mach mal Ey, die rennen ja alle, Alter Ey, da müssen wir wirklich ein bisschen kontrollieren Ah, jetzt ist mein Schuss hier auch nicht da Ey, Alter, die ist schwer, Alter, oder? Ja, vielleicht das andere, ja Ey, Dorf, da kannst du echt bloß auch wo campen und hoffen, dass du, äh Oh, ich hab schon Muni Na gut, jetzt machen wir mal ganz ruhig Wir müssen aber wirklich mal ein bisschen mit Taktik spielen Da kannst du echt bloß campen irgendwo, oder? Schneller rennen, ja, okay Drum rennen wir eigentlich auch ein Schuss Ja, sammeln, irgendwo hin Ja, aber da muss sich auch wirklich alle aufteilen Da muss jeder einen Spot haben, ja Aber die kannst du auch Nach hinten weiter, ja Ja, ich hab ein bisschen noch rüber Ach, hat schon immer egal, ja Warum müssen mein Schlüssel nicht, ach Nee Und Quick Revive ist eigentlich auch ganz wichtig Warum ist denn der Key jetzt nicht da? Ich hab keinen Ich auch nicht Meiner ist auch nicht an meinem Spot gewesen Not gut Not gut Oh, 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 oh Ja, alles voll, scheiße, scheiße, scheiße Alter Krinkle, motherfucker, scheiße Ah, das ist jetzt echt in sich Ey, musst du echt erst 115 Zombies killen, um, äh Ja Krass Weiß auf Ja, stimmt, du musst hier Challenges machen Ah, hier liegt auch keiner Was ist jetzt hier mit den Schlüsseln los? Nicht, dass es verbuggt ist Ah, ich gehe hier hin, Alter Ah, die gibt's noch einmal eine andere Ich hab die, ich hab die Karte auch schon mal anders gezuckt Da hast du ohne Hunde, wisst du? Da ist die auch nicht so dunkel Ja, ein bisschen heller wäre doch schon schön Ja, gibt's auch noch anders Oh, oh Ich hol mir erstmal die Dings, oder? Okay, ne Mungi mehr Alter, die sessen Oh, komm Aha Oh, warte, warte, warte Das läuft Nächste Runde läuft Ich brauch Muni, Alter Oh, jetzt kommen Hunde Ist doch gut, ist doch gut Wir haben Insta Jetzt hab ich die M A Nee, 4 M 4 Hast du, wirst du nicht von den aus? Nee, hast du noch einen unternehmen Das ist die Waffe, mal selber Achso Ah Ich hab keine Muni, ich kann nicht Schmeiß deine Granaten raus Hab ich schon Ich hab ne Desert Eagle Äh, musst du wirklich nen Squaller lassen, dass du Alter Alter, ist das finster Ah Ja Wir hatten hier 3000 Ui Wir können doch erstmal noch ne Runde hier bleiben Die kommen ja echt nur von vorne, oder? Ich brauch ne Waffe Na, hol doch hier die Die Desert Eagle Hättest du holen können Die ist eigentlich gut Äh, wenn denn was richtiert Ich hab nur noch Ich will erstmal mal am Ende Ran Wobei, hier können wir auch erstmal bleiben Geht auch, ja Oh, ja, geht auch Hier ist mein Lieblingsstelle, wollt ihr gerade sagen Alter, ihr sind viel zu viele Mach du, ich schütz dich Ich hab auch noch zwei Schuss Drei, vier, vier Zeh schon Das, ah, die scheiß Krabbeler, Alter Äh, äh, Squaller hier Du siehst, zwei Schläge, das geht so schnell, Alter Ja, das ist, das Ach, schon wieder, Alter Der schlägt dich einmal und du hast keine Chance wegzurennen Du kriegst sofort den zweiten Heat, Alter Ja, ja, oh, ich komm wieder Komm wieder dazwischen Ich kann ihn nicht wiederbeleben Ist nicht schlimm, ich hab mal auf den Kohl gemacht Ich schum jetzt erstmal die Dings, Alter Mach den doch Stroh, Manners Oh, mach hin, Digga, Alter Mach hin Ich bin schon oben, ja Doch, ihn hör Ja Oh, nice Also, der Sat-Igel kann ich nur empfehlen, Alter Alter, die ist echt One-Shot, Alter Mal sehen, wie lange Lass uns denn mal einen Squaller und versuchen, ne Oh Nee, wir nehmen dir Komm mal weiter zurück, ein bisschen Alter, ich hab'n Oh, ich hab'n Double-Headshot gemacht, Alter Schon wieder Das sind zwei Drops, oder? Ja, das wird ein Insta Ich bin wohl eh, ob ich mir schnell Dings hole Ich bin wohl eh, ob ich mir schnell Dings hole Und Juggernaut Oder wir mal erst nächste Runde Dann nehmen wir mal nächste Runde Damit ihr auch alle habt Oh, scheiße, ich muss nachladen Wie schnell die schon rennen, ja? Ja Ach, kein Level, ähm, äh, 8 Oh, ich hab' keine Muni mehr Scheiße Mach' Schuss, drei Schuss Mach' keinen Scheiß Mach' keinen Scheiß Mach' ich am Anfang gerade noch Die hat doch noch schönes Brett, oder? Ja, ich hab' gerade Muni gut Super Boah P90 Ja, lass' uns versuchen, mal einen Swaller zu machen, ne? Hast du die Granate noch? Ja Boah, älter Mensch Mach' ich mach' ich mach' ich mach' ich mach' Ey, ob die auf, ob die auf Speed sind, also die Oh, warte, warte, weg, 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 weg Runter hier Mensch, er blockt den hier Ich hab' den doch erschossen Lass' doch mal jetzt Uich Aber jetzt bleibt wirklich keine Muni mehr Mensch, schmeiß' die Granate Ah, hab' ich, kommt hier runter, komm' hier runter Ist da ein Swaller bei? Ne, ne? Ja, ja Ah, der war mir nicht Ah, der war mir nicht Tach Ah, so ist mir hoch Ja, der war mir so groß Ah, okay, wir haben Swaller Lass' das mal eindecken, alter Uah Ne, guck mal, was hier noch so geht Ich hab' 6000, alter Wir müssen noch 15 machen, um die Suche kommen, ne? Ja Ja Ja, da oben ist ja nicht schlecht, wenn wir alle ein dickes Brett haben, ist es ja cool Das ist P90, krass, das ist P90 Mh, ja, die ist gut Boah, schön lang, Juju Nice, nice Boah, relativ schnell alle Naja Naja Äh, immer noch cooler als Nix Was ist'n das hier? Warte mal You sing Singing Thinking of the number Wie? Headshots, einfach 150 Headshots Ah, aber wir haben erst Einer von uns muss 150 Headshots machen Achso, einer von uns, ah, okay Genau Wie viel hab' ich schon 23 Na ja Geht voran Hier muss Irgendwer 115 gehen Und bei den anderen Wollen wir mal hinten Mal hinten weiter aufkaufen? Ich hab' noch ein bisschen Kohle Wo hinten? Na, geht doch nach hinten weiter, wo wir runtergegangen sind, Ray Das war noch nicht alles hier hinten Ich bin hinter dir Hier, guck mal Ach, die 2000 haben Jaa, so weit war man noch nicht Ach, wie jede Ecke hier kontrolliert wird Irgendwo, der schlüsselt, ich denk' ich immer irgendwo umdrauf, ne Hallo Komm hier nicht weit Hier ist'n Kistenspot MP5-Vips hier für Inst Ah, hier ist aber auch geil hier hinten, Alter, ja Gibt's noch'n Teddy Cool, guys, don't look at Close, earn 50.000 Points Endgame, wa? Mhm Na, die müssen wir schaffen 50.000 Puh, putz Was ist jetzt hier mal mit MP5, Alter, nice, nice Oh, du hast eben Schlüssel gefunden, oder? Hier geht's weiter für 1500 Na, soll ich mal machen das? Ach, Hax Kistenspot Na, sie auch nicht Geht's hier noch mal weiter für ihn zu Geht's hier rin? Nö Na, jetzt kann ich nicht, aber ey, hier können wir auch bleiben, die kommen muss von vorne, ja? Sicher? Na klar, wo sollen sie sind? Hier aus dem Bonusboden nehmen wir uns hier Na gut, können sie ausprobieren, klar Können's, machen wir, machen wir Regen um Warte, ich mach'n kein' leid Ich brauch'n gleich'n Hedgeherd zu machen 50.000, Alter, wie so Es wird aber schwer, Alter Ja Ey, zum Glück können wir hier nicht hochleveln, ne? 1, 5 Oh, da ist Bones, ey Ja, der Satiegel hat keiner ne Chance, Alter Oh, ist die geile, Alter Na, Bruder, wenn wir mit dem Problem sind denn? Naja, sonst kommt's an die Rand, wie die Behinderten, Alter Ey, die kommen noch, warte mal ab Jetzt, da Also hinter uns spawnen sie schon mal nicht Ne Ach, ne Mew, klasse Da ist noch irgendwas, oder? Da ist Muni Lad nach Warte, Granaten raus Oh, ich hab eh noch aufgenommen Oh, polished Genau, oder, in you Warte mal, hier, spawnt doch jemand hinter uns Ah, die ist auf Hab ich Ray, nehm dir, Ray, nehm dir Ja, ja Also der Satiegel kann ich nur empfehlen, Alter Bum, 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 bum Warte, ich will Lass, lass mich jetzt mal killen Der Hammond Was Hammond der? Nee, ich leh, wie hast du jetzt hier, äh... Ich die wie hast du jetzt ... Hä McK Ol das ist erst wertvoll Cant go you hier draußen finde Waffen? Ne, glaubst du mal noch, warte mal. Äh, ein MP5. MP5, ja, für... 1, 2. Oh, Hunde! Geil, ab da hinten, wa? Boah, hier geht's richtig nach vorne, Alter. Alter, die Wand hat mich schon voll durchlöchert, Alter, ja? Ja? Seht ihr das? Ah, gut, da hat keine Schatten-Dings drin, ne? Ich hab Schatten aus. Ja, ja, die ist richtig durchlöchert, Alter. Oh, ja, ich auch. Warte mal, Alter. So, von mir aus können wir weiter hinten. Naja, nächste Runde machen wir dann einen Squaller und dann nehmen wir mal weiter. Guck mal, was da noch kommt. Lass doch jetzt weiter. Ne, ist wohl eine neue Runde. Du weißt doch nicht, was kommt, Junge. Das ist Wahnsinn. Hier sind's. Hinter dir. Hinter dir. Neben mir. Au, hoch. Da. Ja, die ist nicht mehr Insta. Ja, genau. Und welcher hat dir noch nur 15 geht's? Guck mal, ne Kiste. Jawoll. Habe ich schon nur 15, ja? Ja. Äh, Fisch. Huuu. Wollte ich hier nicht mal nach vorne hin. Mit Kremi mit Fiet zu schnigen. Mal Krab noch machen, oder? Ja. Ja, warte. Schmeiß mal Granate. Da brauch ich noch. Ja. Ja. Haha. Oh, warte. Ja, mein. Ja, hörte ich lenke den. Also mit 2, ja. Mach mal den schnell nach tot. Am besten geht eh noch mit denen nach hinten. Genau TV. Ach, die Scheiße. Ab da was. Schade, das gegen Zombie-Counters, ja. Ich dachte, das hört auf. Ich brauche immer weiter. Ich denke, die Jack. I-Alte, der ist hoch. Atombo. Ne, nicht nehm. Aaaaah. Genau vor mir. Ich bin aus der Ecke rausgekommen. Schmeiß mal Granate nach vorne, also nicht wundern. Neada. Hinter mir, hinter mir! Das war's, das war's, lass uns weiter schauen hinten. Achso, zur Kiste, wir könnten ja mal kurz Kiste checken, hast du recht hier. Ich hab vier Riesen. Oh, nicht so viel, dass wir die Türen nicht mehr öffnen. Vielleicht, ich hab's jetzt doch irgendwo lang. Naja, mal schneller nachladen oder sowas wär geil, Alter, ja. So, was haben wir denn hier schön jetzt? Wobei die Desert Eagle eigentlich nice ist. Raus. Kannst du da oben runterspringen, Chris? Ich bin doch nicht oben. Nicht oben. Was hab ich hier? Press F to knock. Klopfen. Was, klopfen? Ja. Knock. Passiert nix. Den 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 den. Uuuh. PDV, Alter, PDV. Drei... 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 Ah... Was ist das jetzt? Ich hab' den Feuer gekauft. Nein, ich hab' ne PDV. Ey. Press F to knock. Ich komm' mal zu dir. Wir gucken mal jetzt. Ich hab' ne PDV. Mit 300 Schuss, das ist richtig geil. Vielleicht müssen wir da alle sein. Weiß ich noch was hier mit dir... Obtain 4 Perks. 4 Perks müssen wir haben. Oh, hier ist der Schlüssel. Echt? 4 Perks, ja? Ja. Dann gibts auch was in der Challenge, ja? Ja. Alter, krass. Schlüssel hab' ich ohne gefunden. Wenn ihr den Eingang, wo wir grad standen jenerzeit... Ah, grad 25. Vielleicht rechts zum ganz Haus, hoch. Und da... Gartenzwerg. Oh! Jetzt hab' ich Gartenzwerg abgeschossen. Er hat sich grün geleuchtet. Echt? Ah, ja. Jetzt hab' ich Schnee pippt, äh. Ah, ah! Was, bei den Gartenzwerg? Geil! Ey, wenn du ihn siehst, sag' du Scheid, dass wir alle meinen haben. Ja. Hä? Ich hab' hier unten durch den Schlitz hier geguckt. Da stand Gartenzwerg. Da hab' ich hingeschossen. Wo bist du überhaupt? Hier. Oh, Osnay ist tot. Hier unten, da hab' ich durchgeguckt. Da stand Gartenzwerg. Äh, Gartenzwerg. Abgeschossen. Ey, kommt mal hier hoch, kommt mal hier hoch. Hier, hinter mir, hinter mir. Hier, kommt mal hier hoch. Hier, kommt mal zur Not weg. Dann kommt die echt bloß die Treppe hier hoch. Was ist das hier? Hier steht doch... Es ist weg. Es ist weg. Nee, es ist weg. Soll ich das? Es ist nur da. Du musst schon mitschießen, ja? Ja. Kommt die jetzt nur noch von da? Ja. Mb5, krass. Ich hab' doppelt Feuer am Eizbüro ausverwegt. Ich auch. Also von da kommt keiner, ne? Hier spawnen keiner. Hier ist auch ne Waffe. Ey, hier ist ne Puppe. 20 Runden survival muss man überleben. Ist auch ne Challenge. Survive 20 Runden? Nein. Ey, schneller nachladen ist auf jeden Fall nächste Runde. Was ist denn da für ne Waffe an der Wand? Wunderschöne. Ja? Ey, scheiße. Hier könntest du die 50.000 machen, Alter, ja? Oh, ich muss nachladen. Ich hoch. Echt, das für ne Pimp, die kriegst du bei den Gortenzwerg gesehen hast? Wie ist das? Mhm. Na toll. Wie sieht man die hier, Alter? Tja, ich bin 5, Alter. Ja, ist ja krass. Warte mal. Warte mal, ist erlitzet. Habt ihr noch ne Granate? Alle, alle. Hier ist noch ne Granate. Oh, da kommen noch ein paar. Warte mal. Die spawnen doch noch. Warte mal, warte mal, warte mal. Ey, die spawnen doch. Lass uns doch wieder hoch. Oh, oh. Oh, ja, da kommen noch welche. Oh, da ist was. Double Points. Ja, das ist scheiß drauf. Wow, ist das? Kid Challenge complete. Gibt bei mir grün bei euch auch? Ja, ne bei mir nicht. Dann hast du eine. Wie viel kommt noch, Ray? Siehst du was? Nee, nee. Ich gucke mal. Warte mal. Oh, da kommt noch. Nee, die spawnen noch. Noch, 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 noch. Alter. Was macht das jetzt? Kompli. Achso. Achso, Ray, jetzt. Ja. Warte mal. Wie viel kommt noch? Siehst du was, Ray? Nee, kommt nix mehr. Warte mal, Stivi. Zwei. Lass uns mal um durchspringen. Lass uns mal um durchspringen. Wir brauchen noch einen Clip hier. Ich bin low on ammo. Warte mal, ich geh mal ein. Mach mal Hammer. Ich hab keine Granaten mehr. Keine Granate. Komm zu dir, Stivi. Ah, ich hänge. Ich bin rot. Ach, Mann. Warte, ich lenkst du ab, Ray? Was? Ey, da waren zwei Zombies. Ich bin auch ne Ecke hier drin. Na, ich hab sechs. Ich hab eine. Scheiße. Doppelfeuer. Oh, ich... Ey, wir müssen da mal nen Squall daraus machen. Ich guck mal, irgendwo gab's da Granaten, oder? Wo ging's hier weiter? Geht's halt nicht weiter? Was ist das? Na ja, ich hab keine Ahnung. Kann ich nicht gucken, wenn ich ihn... Ich hab ihn im Nacken ja... Ey, wir müssen jetzt mal nen Swaller machen. Warte. Ja, da oben ist, äh... Speedcola. Wo denn? In dem Haus, wo... wo... der... Teddy auf dem Auto sitzt. Oh, was kommt der zu mir hier? Nee. Oh! Ey! Ey, wir brauchen jetzt mal Granaten hier. Ey, das ist scheiße. Wie muss man Skola machen? Warte mal, ich... Ah, wo hast denn du den? Ich will auch so'n... So'n Grautenzwerg. Tja. Keine Ahnung. Das war vielleicht... Zufall, wa? Habt ihr einen Zombie hinter euch jetzt? Ja, ja. Gut, dann geh ich nochmal schnell da hoch. Äh... 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 Warte mal, ich hab da grad... Ach, hier! Dieses Auto kannst du öffnen, wenn vier Perks... Ja, wie willst du denn das aufmachen? Du musst vier Perks haben. Challenge. Du brauchst irgendwas. Ja, aber wie kommst du da hoch? Wie hast du das jetzt gesehen? Das da oben. Von der anderen Seite. Von der Seite da. Wo man die P90 kaufen kann. Ja. Hier geht's nicht weiter als... Nö. Wir müssen irgendwas machen. Was gibt's denn hier für ne Waffe? P90. Ja, ich will nochmal ne Kiste. Lass mich nochmal ne Kiste. Äh, das ist doch scheiße. Wie kommst du denn da rein? Ja, wir brauchen schneller nachladen, unbedingt. Oh, der geht mir auf den Sack, der Typ, Alter. Ich bin knapp auf den Ammo. Ich bin knapp auf den Ammo. Ich bin knapp auf den Ammo. Na, wie kriegen wir das auf? Ich bin knapp auf den Ammo. 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 Oh, ich hab ne Raygun. Alter, guck dir mal die Raygun an, Alter. Ich hätte gern so einen perfekten Zwerg hier. Guck dir mal die Raygun an. Ja, auf jeden Fall. Na, die scheinen ja aus Out of Maps zu stehen, die Dinger, wa? Ey, wie soll ich denn jetzt so viele Perks kriegen, Alter? Ich hab jetzt drei, was fehlt denn mir noch? Was denn du? Ich brauche das für ein Geräusch. Irgendwas ist aufgegangen, ja? Ach, hier kannst du tausend Pfund noch. Achso, ich bin irgendwo rumloben eigentlich. Was denn? Na hier kannst du auch noch auf Kognitur. Achso. Äh, lass mal. Tja, ich hab keine Ahnung, Alter. Wie kommen wir an Juggernaut, äh, an Speedcola? Ne, mit den vier Perks ne, bestimmt irgendwo da was auf. Naja, aber ich hab ja schon drei. Mir fehlt jetzt bloß noch. Ich hab, äh, Juggernaut, ich hab Double Tap und, äh, Crook Revive. Naja. Ja. Und das vierte wäre jetzt schneller nachladen. Oder ist jetzt was aufgegangen? Weil wenn man eine Reihe hat, dass da was aufgeht. Ich gucke mal. Eigentlich nicht. Vielleicht unten im Keller irgendwas? Da oben drin ist. Naja, wir würden einen Key haben. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Oh, äh, ich gucke mal. Noch 75. Hedgehards. Ja. Ja, keine Ahnung, Alter. Da bin ich jetzt selber sprachlos. Ne, komm, alles. Und ich weiß auch nicht wo noch ein Perk ist. Ach da, sieht man's ja. War der Zwerg groß, Livy? Was? War der Zwerg groß? Ähm, kleiner. So ein kleiner Gottenzwerg, die normal, die siehst immer. Hm, ich will den auch sehen. Oh, der war halt durch so ein Loch geguckt. Ja, ja. Out of Map, ja. Schade, ich find irgendwie nix. Aber was hat denn das mit dir? Ja, ich will vier Perks, dann kannst du nicht hoch die Treppe. Ey, aber geht doch nicht. Ja, aber wie soll denn das weggehen, Digga? Ich hab ja schon drei. Ich hab ja alle Perks, die schon bis jetzt sind, wo man kaufen kann. Ach so. Darum, ja. Big Ralf, Double Tap, Juggernaut. Ja. Ich stehe mal in die Gefahr. Ja, da ist ja irgendwas mit Anschlopfen da oben. Ich sehe doch auch nix. Ich hänge. Oh, da müssen wir gleich schnell hoch. Ich will scheiß Zwerg haben, Alter. Kann doch nicht sein. Die Garnier ist so stark, Alter. Alter, ich hab ne Pimte aus der Kiste gekriegt. Ah, ich hab ne Pimte übrigens, Alter. Ist ja geil. Ah, vielleicht geht das drüben auf, wenn du 20 Runden überlebst. Weißt du? Ich hab ne Pimte aus der Kiste. Das könnte sein. Da steht aber vier... Dings. Ja, da gibt's... Das ist ne extra Challenge nochmal mit den vier Perks. Aber ich denk mal, du musst bei... Keine Ahnung. Einfach überleben bis 20. Das wär jetzt noch meine... Noch eine Möglichkeit, ja. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Da, 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 da. Oh, add another to the pile! Oh, warte Hast du ja Ja, die hättest du mal runterschmeißen können Vielleicht müssen wir uns hier alle mal ranstellen und Dings drücken Klopf, klopf, lass mal machen, alle ranstellen Wenn das aufleuchtet Ja, wenn, wenn hier ein bisschen Pause ist, in Ruhe Stehen wir doch wieder Ja, ich hab's auch schon eine ganze Zeit umf gedrückt, irgendwie passiert da nie was Vielleicht müssen wir ja alle zusammenstehen, ich wiss es nicht Na los Ja, warte Warte, ich denke, wenn Ruhe ist Geht das gar nicht, ich zeig das nicht mehr an Jetzt zeig das an Oh, da liegt ja immer nur nah Ey, weg da, weg da, weg da, das ist mir zu heiß hier Hallo Ey, die ist ins da, Alter Warte mal, ist der letzte Was willst du noch machen? Na, ich wollte jetzt mal gucken, ob jetzt irgendwie noch was Was ist ne Kiste? Shit, mach mal ne Kiste, wo ist die? Ja, nicht mehr da Ach, der Zombies hinter euch, ja, also aufpassen Ach, hier vorn ist sie Nice Nice Ganz vorn, Zivi Komm, wir jetzt um mich rum Irgendwas ist geöffnet, hat sich geöffnet, ja? Ja, die Kiste Ach, ne Vektor, kann ich jetzt hier irgendeine Vektor haben? Nein Ja, ups Ne, ist ne PDW Ah, okay, okay Kann ich noch mal raten, dann Hm Tja, wie krieg ich das da weg? Ja, wie soll ich vier Perks kriegen? Was kommt denn hier immer für Geräusche? Wenn man hier ein Dings Krabbler machen kann? Nee Wenn die so grau ist nicht, dann ist sie gepimpt Nö, meine ist nicht gepimpt Komm, grüner Strahl Nein, meine ist gepimpt gewesen, ja Uff Was liegt denn da oben eigentlich auf dem Dach? Eine Telefonzelle? Und Dixi ist das, oder was? Das ist irgendwas Hey, jetzt ging irgendwas! Hello! Ich hab nen Krabbler Kommt mal her, hier Kommt mal hier her, ich hab's rausgefunden Krabbler! Bist du? Ich hab's rausgefunden Na, was denn? Na, wie das mit dem Blau hier, wie das geht? Das ist ne Polizeibox, ist das? Und du? Ja, keine Ahnung, stand doch was Ich konnte nicht, konnte ich dich entziffern Hab's ja rausgefunden Das ist, äh, Free User Police, blablabla Müsste hier oben Naja, Mystic Box, oder nicht? Ah ne, das wär die Mystic Box, ey Maaaat Na, wo bist du denn? Na, ihr wart doch die ganze Zeit, wo das da war, ey Wo wir eben waren, stand da dieses... Ich war jetzt bei der Kiste Kiste Action Ah, mit dem F da, oder was? Ja, genau Das fing jetzt auf jeden Fall Ja, da stand was da, aber ich konnte es nicht so schnell lesen Hier, musst du nach oben gucken und dann siehst du es da Ach, guck dir her Haha Da steht die ganze Zeit schon da Könnt ihr F drücken hier, ne? Ach sooo, Mensch Ne, geht nicht mehr Na, ist schon vorbei Da hätte man hingucken müssen und F drücken, wenn wir jetzt einfach mal Ja Ich hab's auf jeden Fall gemacht Ich hab noch nicht gescheckt Dann stand da irgendwas und was weiß ich Vielleicht müssen wir jetzt irgendwo anders noch was machen Auf jeden Fall hat... Stand irgendwas da Tja, wollen wir weitermachen oder wollen wir noch suchen? Warte mal, vielleicht... Da vorne lagen noch so ne, so ne, so ne Soldaten rum Vielleicht haben die jetzt irgendwas Suchst du nen verfickten Zwerg, Alter? Kann doch nicht sein, dass nur ein Zwerg gibt es Ne, der Soldat kann nischt Macht doch nicht mehr Wann.. nicht so ohne Pimp die Waffe Just Pimp it Ey, muss doch irgendwo punchen können Nö, also ich find jetzt hier... Warte mal, vielleicht unten im Keller heizt er? 20 Runden. Make you the last one. Irgendwas stand da mit Police, was weiß ich, blablabla. 75 Instacits brauchen wir noch, oder was? Ich hab 48. Irgendwer hat 49, irgendwer hat 63. Wie waren das vorher? 150, je? Ja, also müssen wir jetzt erstmal auf Instas. Oder vielleicht musst du alle Challenges fertig, erstmal fertig haben, dass das mit den vier Procs das letzte ist. Ja, keine Ahnung. Geht's auf jeden Fall nicht weiter. Das kann sein, ja. Nein, jetzt hab ich auch sehr nach mir gedrückt. Ach, 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 ach. Der wohnt durchspringt. Mach den Zombie kalt, ich komme. Dann muss er nicht. Ich hab ihn. Das ist schade. 36. Das ist doch mal, dass es hier rollt, als ob ich irgendwas geöffnet hat, ja? MP5. Oh, nee. Gieß Kacke. Warte, ist das Kisten-Geräusch, wenn die Kiste so fehlt? Hm, ich will die doch. Da oben bei der anderen Karte, die ich letztes Mal gezockt habe, die heller ist und alles, das war auch mit Zwerge. Da hast du auch Zwerge an die Schossen. Die hab ich auch mal... Vielleicht geht das jetzt nochmal mit der Polis hier. Nee. Boah, echt nur ne Einmal hier. Affe. Ich will schnell nachladen haben, äter. Dann müssen wir jetzt echt erstmal bis Runde 20 kommen. Aber müssen doch eh bald Hunde kommen, oder? Headshot-Challenge complete. Steht bei mir. Aha. Habe ich jetzt 95. Nee, 65. Zwei und... Was, mal zwei? Sollte man da hin? Wenn du mich freischießt, Ray, dann wirst du holen. Oh, warte. Oh. Na ja, ich denke mal, du musst alle Challenges machen, ja. Vielleicht gibt's denn irgendwas. Da wird's ja irgendwas geben, schätze ich mal. Was ist denn jetzt so, wenn ich hier mit der Headshot-Challenge? Ja, ich weiß es nicht, hab ja auch schon... Oder es kann ne Tür aufgehen, weil bei der anderen ging ja auch ne Tür auf. Oder irgendwo ein Teddy, oder? Ja. Ja, aber wie willst du das mit der vier... Mit den vier Perks, das versteh ich nicht. Da muss ja irgendwo noch ein anderes Perk stehen. Ja, da müssen wir bestimmt... Das kriegen wir auch schon hin, wenn wir hier die 115 Headshots und die Scheiße, da wird's... Na, haben wir doch jetzt da. Na ja, dann müssen wir da hingehen jetzt zum Teddybär. Dann geht da irgendwas auf. Achso, du musst ja noch was... Ach, du musst immer noch sehen. Du musst ja noch hingehen und erst drücken. Weil ich hab' auch schon gesagt, dass du bei der Kiste auch schon gemacht hast. Stimmt, ja. Ja, dann müssen wir dann mal gleich mal gucken, ja. Musst du mal einen Scrawler mit der einer Raygun machen, denn. Oh, Insta. Ich weiß jetzt nicht, wie viel noch kommen. Ich hab' noch einen... Nee, jetzt war's... Warte. Warte mal, warte... Versuch mal, versuch mal, ob den hinkriegst. Oh, ich krieg keinen hin, wisst du. Musst auf den Boden schießen. Ja, ja. Meine, meine PDW hat keine Muni mehr, Alter. Oh, ne Nuke. Das war's, oder? Hast du denn Scrawler hier geschafft, das? Ja, oh, nicht in die Nuke. Wo war das? Äh, die Kill, die Insta-Kill war in dem Keller unten. Wo der Strom war. Headshot, meine ich doch. Ne, mach mal. Ich bleib mal hier stehen und gucke. Das interessiert mich jetzt, ja. Kann ja nur. Na, wait, was auch nicht irgendeine Challenge ihr habt, oder nicht? Vorne war auch noch nicht die Flasche mit den... Wo war das hier? Hier. Hier. 75... Ne, das war auch nicht Headshot. Headshot war wo. Dem Keller hab ich doch gerade gesagt, wo Strom ist. Ne, super doch. Ich geh da auch nix mit Headshot. Dem war das vorne. Ganz vorne, wo die Glasflasche bei Juggernaut stand, ja. Melee, ah. Melee heißt, äh, Nahkampf. 75 Melee and or Insta-Kill-Kills. Achso, muss er beim Insta-Kill-Messern. Ja. Oh. Haben jetzt alle nen Perk bekommen? Ne. Ne. Dann könnt ihr euch den Perk abholen. Wo denn? Wo denn? Na, bei Headshot. Ach, dann kriegst du das. Ich hab Headshot bekommen. Wo war denn das? Wo ist denn das? Bei, äh, Juggernaut. Äh. Das, Yvi. Über den Kopf. Genau. Headshot Daikiri. Ja. Perk-Challenge complete. Müsst du mal zu dem Auto gucken. Warte. Ich will mir auch mal... 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 Oh, ich will nur Headshot, Scheiß. Na, ist ja, ja. Ah, deswegen kriegst du die Perks, deswegen da die vier. Das hat schon einen Sinn. Ah, ja. Jetzt ist Perk-Challenge komplett. Ja, ja, war doch eben auch schon. Kommt bei jedem. Sehr gut. Nee, bei mir noch nicht. Bei mir war die auch schon. Ging dir jetzt irgendwas auf? Konntest du irgendwas machen? Nee, es musst du erst mal bei... Access to Speed Cola. Ja. Warte, ich will mal gucken. Ich will es mal angucken. Ich will es mal angucken. Warte, du nicht. Du nicht. Doch, Mann. Sieht einfach nur runter hier alles. Verschwindet einfach, du die, äh... Äh. Ach, hier ist auch gleich die Kiste, geil. M-T-A-R jetzt hier. Oh, nice. Alter, die wollten die richtig geile Waffe drin, Alter. Die kann man auch geil überleben. Da kommen die alle von vorne hin. Ah, kannst du rausspringen, was? Ja, kannst du rausspringen, ja. Auch nur ein Armer. Oh, ne Sniper. Ey, die wollten die richtig geile Waffe drin, Alter. Ich glaube, ein Todbringer oder irgend sowas. Nice. Also fehlt uns jetzt bloß noch Insta-Kill oder was? Also mit Hedger, also Nahkampf. Äh, Messern, glaube ich, ja. Verdiene 75 Nahkampf und oder Insta-Kills. Danke. Und oder. Was gibt's hier für eine Waffe? Ach, hier können wir, glaube ich, die 50.000 machen, oder? M-T-A-R. Ja, wollen wir hier machen, denn, oder was? Können wir. Stevie bereit ist. Ne, wohnen wir mal drauf, komm, ich bin runter. Ne, wohnen wir mal drauf. Ah, es wird aber irgendwie weiter hier oben, ne? Ja, was? Nu! Ja, ja. Oh, Hunde. Ah, siehst du, wir müssen noch Runde 20 überleben, ja? Dann war da auch irgendwas, ja? Hm. Ah, das ist den Geil, Alter. Dann müssen wir noch 50.000 machen. Das ist wie Endgame haben, endlich. Ja, 200.000. Das ist ja bei der Raygun, Alter. Oh, feuer auf die Tür. Ach, schon mit Lars. Sohn. Was ist du? Alles klar. Oh, ich erscheine. Helf dich, bitch, helf dich. Da bin ich immer gespannt, ob das was wird hier oben. Oh, das denke ich nicht. Ich habe ein dickes Maschine mehr. Warte mal, lass mich das mal... Warte mal, warte mal. Ah, jetzt kommen noch Hunde mit. Ich muss nachladen. Gut. Ich lade mal nach, ja? Also deck mich mal. Am besten wäre echt ein Maschine mehr, dass man Punkte machen kann, ja? Die Raygun eigentlich muss so ein Notfall, ja? Oh, das hat mich fast selber umgebracht. Oh, das hat mich fast selber umgebracht. Halter. Alter, die Dings ist geil hier, die... Die last. Schauen wir mal schneller nach. Das kostet die eigentlich schon ne Wand hier, die Knarre. Die feuden Maschinen werden. Ich will nicht mehr die ganze Muni jetzt von der Raygun hier verballern, Alter. Ich lad die mal schnell nach, okay? Warte. Geh doch einfach nach hinten, Digger. Naja, stehst du immer vorne. Wenn die alle mit der Raygun, hebt doch die Raygun durch meine Maschine. Das war ein bisschen Punkte machen. So auf die 50 Taunen. Ich hol mir gleich mal die Dings hier, die... Wie viel Schuss hat die? Hat die schon mal irgendwer gekauft hier? Nee, nee. Atombombe. Ja, lass mal. Ich lebe mal auf. Oh, Muni. Ray schmeißt Affen raus. Ich höre mal auf. Ich verbring's mal. Ich lebe. Ah, die Dings waren da hoch, oder? Die Atombomben? Nö. so jetzt nur noch bis level 20 und genau messern messer wenn links kommt ich denke mal wenn er alles vorher ist kommt bestimmt irgendwas was der letzte jetzt ist cool ich glaube das war jetzt aber nicht scheiße warum das war aber nicht ja weil ich rote fanden ach so, da kann ich nichts tun warte mal gehen ey läpp mich doch am Arsch ich schaff's bitte in ner Runde Oh nein, nein, schießt, einer mal. Alter. Oh nein. Nein. Ich guckle mal nach, wo ich noch einen Zwerg finde hier im Internet. Kann doch nicht sein, dass es nur einen Zwerg gibt. Ach, wir können schon noch punchen, Digger. Sag du denn, wenn ich die Tür sehne. Irgendwo wird was aufgehen. Ja, wir hatten hier schon zwölf Riesen, Alter. Ja, wir hatten eine fünfte Waffe. Ey, warte, Messer an, Messer an, Messer an, Messer an. Ich weiß schon, wenn jemand das schafft. Deswegen. Ich schließe mich hin. Gut, genau. Ach, die. Vor mir, vor mir. Ey, was ist das? Ey. Was schießt denn da? Ja, wenn's da zufülle wird und du stirbst. Ja, Ray, komm mal hier nach hinten. Ich muss ja dreimal, dann alle drei hier rin ballern. Ja, dann baller mal, dann baller mal, baller mal. Oh, oh, ist vorbei, jetzt kannst du ballern von mir. Baller, 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 baller. Ey, mach nicht alle. Wie denn das? Ja, weißt du? 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 Was soll ich machen? Ja, ich schneite ja eh nach einer anderen Rind. So meine ich das. Ach, jetzt wenn's hier um Geyron geht, ne? Ja, da geht schon als andere. Muss doch 50, muss doch 50 da raus schaffen. Ja. Oh, du bist ja schon. Ja, du bist ja schon. Ja. Ja, guck mal, was passiert bei Level 20. Ey, hier muss noch irgendwo was sein. Oh, Muni, Muni. Oh. Alter, was war das denn gerade? Alter. Ey, das sind nicht von den... Ist das nicht ein Vieh oder was? Wie ist die Karte? Äh, gegen die Aliens gezockt haben? Ja, das sind die Viecher, ja. Sind das nicht die, Alter? Weil, Ghost, ja. War das Ghost? Ja, Ghost. Ghost, ja. War das Ghost, genau. Hm. Ja. Extensions. Extensions. Ja, genau. Extensions? Ich weiß es nicht. Waaah! Das ist los, doch. Ja. Wo holt denn der Hund hin gerade? Headshot-Challenge-Complete. Habe ich schon noch 50 Stunden? Ne. Ach so. 54, Alter. Ja, warum ist die complete? Ich weiß nicht. Nein. Ich muss mal nachladen. Polaroid nur Bilder holen, ja. Oder so, wenn man Bilder machen kann. 20 Euro für 19 Bilder. Haha. Ja, Mann. Aber so Ding gleich mehr holen. Ja, das ist cool, ja. Ja, Mann. Aber ich hab mal guckt, die kosten so noch 50 Euro, halt. So teuer sind die ja auch nicht. Ne, das geht ja, ja. 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 Aber Bilder heißen heftig teuer, ne? 20 Euro für ein Bild oder so. Alter, wie hast du sie gleich sofort? Musst du nicht mehr entwickeln, ne? Das ist der Vorteil, ja? Sofort. Musst du halt noch ein bisschen wackeln und ein bisschen boosten und dann... Das ist ein schönes Bild, ja. Okay, ist gut. Ah, scheiße. Wir hätten jemanden am Leben lassen sollen. Ha! Wo waren, das sind... Scheiße, die sind jetzt hier einfach. Zeig mal, die sieht nie aus. Oh, jawohl, jawohl. Kennst du doch. Oh, ja. Hol ich mir auch gleich. Den... Dann spielen wir hier auf 50 und erst mal... Nee, erst mal machen wir die nächste Runde mal die Dings... Wenn wir die 20 erreicht haben, wenn wir es schaffen. Ja, ist eigentlich ganz easy hier oben, ne? Ja. Sind ich da leichter jetzt da drüben? Oh, die Granaten schneiden mir mal 60 und nicht sterben. Ich bin cooler. 10 Cent. Besson! I'm not of a bitch! Ja, ja. Come on, krill auf Ema. I'm not of a bitch! I'm not of a bitch! Oh, noch geiler, Alter. Oh, ist vorbei. Ich würde gerne mal die Entei primmen, Alter. Oh, meine Granate ist zurückgefallen. Oh, meine Granate ist zurückgefallen. Ich habe auch 16 Schuss. Das sind meine Mutti, dann sind alle. Ja, hol doch hier. Ich hole mir die jetzt scheiß drauf. Ach, die ist das. Nice. Ah, die lädt doch schnell nach. Das ist geil, ja. Ja, die ist gut, Ray. Hast du recht, ja. Lädt doch schnell nach, ja. Ja. Oh, wenn ich schnell nach lande. Ich gehe richtig ab, Alter. Ja, da kriegen wir richtig, da kriegen wir die 50 schnell zusammen. Alle, alle. Warte mal noch. Oh, ich hole mal schnell Muni, scheiß drauf. Heute hebt man die Granaten auf, dass wir den letzten haben. Ja, okay, nicht mehr. Ja. Warum brauchst du auch mal Muni kommen, ey? Ne, na, ich will aber nochmal gucken. Wir haben jetzt, wir haben jetzt alle, fast alles voll. Oder eins fehlt, dann muss ich die Runde 20. 20 Runden. Aber Ray hat er das mit den Headshots, mit den Men's. Hatten wir doch schon. Hatten wir doch schon. Für die Headshots haben wir doch Headshots bekommen. Na, aber im Keller war da noch eins. Ne. Headshots stellen es komplett. Das war 75. Ja, das war mit 75 Messern. Achso. Die haben wir noch nicht. Achso. Dann müssen wir bloß mal hingucken, wie viel wir noch brauchen. Mit dem Messer und vielleicht 20, 30. Da steht doch da nicht. Doch. Da steht noch, was fehlt. Wer vorhin stand, 75. Na, unten, wenn du da hingehst. Naja, die brauchen wir. Ach, 75 brauchen wir. Achso. Danny, bist du auf den Kopf gefallen heute? Ja, ich dachte, dass wir schon ein paar gemessert haben, dass es denn das ist, was noch übrig ist. Ja, genau. Also siehst du, können wir doch nochmal da ran. Also gibt es hier doch kein Endgame. Du musst mal gucken hier. Warte mal. Ah. Nein. Ich habe keine Muni mehr. Ganz schlecht. Und ja die Ämter, Alter. Die sind nicht geil. Ich will meine E5 zu knallen und ich weggeben. Dann gibt doch die Raygun weg. Aber die ist eigentlich, nee, wollte ich eigentlich nicht machen. Nee, Raygun, du musst bald nicht nur Knallen, Alter. Ja. Dann kann ich jetzt nicht schießen. Äh, jetzt gibt es noch Muni, Dicker. Komm hier zurück. Ach, die Runde. Ja, komm zurück. Wir machen das schon. Das passt ja genau, Ritten hier, du Konzept. Alter, wenn ich schieße, gehe ich automatisch zurück mit der Raygun, Alter. Ja, wir haben es ja 5, ja. Wir hätten, wir hätten rutscht. So. War doch ganz leicht. Ja. Geil. Hä, hä. Ich hab noch 10 Schuss. Jawoll. Wir sind bei Runde 20 jetzt auch durch. Ja. Jetzt müssen wir einen Krabbel haben nehmen lassen, weil dann kommen wir da rein schalten und da freich schalten. Ja. Hier, Klein. Pussis. Ach, ich hab 6, 6, 6. Ja, ich bin schade, ich hab 6. Munition. Oh, Routz-Challenge komplett. Routz-Challenge komplett. Ja. Krass, was, äh. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall nehmen lassen. Das ist mal ein Squawler machen, ne? Dort bringe ich jetzt um. Okay. Ich hatte sie von draußen nicht kommen, dann hättest du von dir draußen schon mal jemanden gemacht. Also gibt's doch kein Endgame, ne? Vielleicht. Vielleicht kommt das ja dann irgendwie noch, ne? Aber ich hab auch nichts gelesen gehabt. Ne. Ich lobe nicht. Das ist ja immer mal Fire-Round. Gibt's den bei 50, äh, 1000. Vielleicht kriegt jeder noch ne pimpte Waffe. Oder auch nicht. Oh, nee, warte. Messern, Messern. Genau, ist die, wie beschützt uns, falls es zu eng wird. Oh. Alter, ist gleich vorbei, Alter. Vorbei. Ah. Oh, gut. Oh, gut. Oh, wie sieht, Alter. Komplett Panzer. Ey, es muss doch mal jetzt auch vorbei sein, Alter. Das ist eigentlich der beste Sport hier bis jetzt, ja? Der andere war auch nicht schlecht. Ne, wegen der Waffe meine ich. Ja, wegen der Waffe. Das ist... Wollen wir mal einen Krabbeler machen? Soll ich mal draußen rumrennen und probieren? Jetzt schon. Ne, lass mal, lass mal lieber. Und jetzt schon. Digga, die Runde hat gerade erst angefangen. Wir müssen mal gucken, wo wir jetzt mal hin müssen. Naja, darum. Also da hinten auf den Spielplatz war die 50.000. Warte mal, ich versuche mal einen Squallout zu machen. Deswegen kommt das nur noch mal ein Äffchen. Wenn ich schmeiß mal einen Affen raus, Digga. Dann rennen die da alle hin. Das ist gut. Das ist gut. Töten. Oder kacken Jab unterwegs. Oder eigentlich nicht. Ey, die ist so stark, Alter, ja. Naja, Mann. Das ist der Wahnsinn. Mit der W-Tab, die geht richtig, Alter. Die geht richtig nach vorne, Alter. Jetzt würde ich langsam haben Angst. Oh, ne Nuke. Nicht so weit nach vorne. Stevie, komm, nimm ein Stück zurück. Oh, wenn jetzt das Skola stirbt. Da war einer. Ich komme nur noch vor. Oh, nein, 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 nein. Oh, nicht sterben. Oh, nein, 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 nein. Ja, man hört sie eigentlich, wenn es so langsam leiser wird. Ah, mach die. Ja, die spawnen noch. Ah, aufruf. Oh, nein, scheiße. Schütz dich mal. Ah, ich muss zum Mini holen. Oder auch den E-Leer. Warte mal. Ja, wo ist unser scheiß Skola? Ja, mach mal. Vorsicht selber. Oh, nein, das war durch. Keine gute Idee. Oh, man. Scheiß, wellgun. Ja. Ah, die kommen noch. Das ist ein Skola. Oh, nein, 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 nein. Ich hänge. Ist egal. Warte, lass mal. 1-1-9. Ich hau mir das einfach mal ab. Guck mal, was ich... Nee, warte, noch nicht. Ja, ich bin halt so sick. Nee. Ich bleib hier oben. Ich kann nicht mehr für den Kopf. Was? Was hat man eh noch nicht so? Ich steh mal hier nach, äh, nach dem Spielplatz. Guck mal, was da abgeht. Also, die sporen immer noch, oder? Nö. Ist aber jetzt ruhig alles. Warte mal da, Ray, hinter dir ist noch einer. Das könnte der Letzte sein. PhD, jetzt, wenn wir jetzt, äh, hier F drücken. PhD. Ey, da kannst du dich mit der Dings nicht mehr selber... PhD. Wo er im Keller ist. Im Keller, oder was? Hier hinten beim Spielplatz. Alter, für 50.000? Für 50.000. Das ist geil. Habe ich sechs Perks. Was hatten wir noch? Nee, das nehme ich doch. Äh, Point Challenge. Äh, was hatten wir noch? Mussten wir auch dahin. Na, mit dem Messer in dem Keller. Dann hatten wir das fertig, ja. Ja, aber jetzt kann ich mich nicht mehr... Jetzt kannst du dich nicht mehr selber umbringen. Das ist gut, ja. Ja, bei der Decke, bei Double Tap auch nicht. Ja, genau. Was, bei Double Tap? Na, der kackt da oben mit dem, äh... Mit dem Polizisten, das. Das war doch schon. Das hier hinten, Runde 20. Quest F, Last Longo with Stamina up. Ah, schneller rennen. Alter, nice. Hier. Aber, jetzt fehlt bloß noch das mit dem Messer, ne? Mhm. Ja, dann, eigentlich will der Rinde. Weiter geht's. Keine Boogie mehr hier, für nichts. Ich, ich hab die hier oben, mir reicht die. Ja. Bin ich unter uns, ist die Kiste? Ey, ja. Da wollte ich mal noch ran, eigentlich. Hätt ich die Whale Gunn abgehoben, hätte mir ne neue Fee geholt. Achso. Das ist eh ne Hunde-Runde, oder? Ja. Ja, aber noch. Richtig. Ja, ich spiel halt jetzt die Whale Gunn aus, ich hab noch 75 Schuss. Ach, doch, Hunde. Oder? Ne, die kommen einfach so. Ja. Schade. Ah, geht ja jetzt so. Ey, jetzt haben wir nicht mehr gefickt, das ist gut, ja. Ja. Kann nicht hoch. Ob wir das machen. Ne. Ja, die Whale Gunn kann ich jetzt halt nicht mehr töten, ja. Jetzt fehlt bloß noch mal ein Insta, Alter. Ah, das hält noch mal. Ja. Gib mi money. Ja, ich hab ja den Komponieren. Hätte ja gedacht, es kommt wenigstens mal ein Puntautomat irgendwie. Ja, warte doch mal, eins haben wir noch. Oh, Hotte. Oh, oh, oh. Abwehr. Hast du da ein Abwehr, yes? Hotte, ich will. Gucci. Was sehe ich müssen? Was sehe ich auch. Du, wie ohne. Super. Ah, nicht alle auf Wale drogen. Ich bin klein rot. Beschütz dich. So, alles geht auch cool. Oh, warte, warte. Oh, 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 oh. Wenn das ja zu voll wird vorne, dann schiehst du mal rin. Ja, ja. Nee, ist richtig so. So, wenn ja auch nichts kommt. Scheiße. Ey, muss doch fast fertig sein, die Scheiße, oder? Na gut, 75 musst du erst mal schaffen, Alter, ja. Oh, warte, gerade wird's nicht. Nee, hätt's dir angezeigt. Na gut. Ist vorbei, Digga. Vorbei. Ah, das hätt man gleich von Anfang an machen müssen, ja. Hab ich auch gemacht. Ich hab dir erst noch mal gemessen. Wir werden mal sehen. Irgendwann kommt das ja. Aber wie viele Killzeichen schon? Alter, 400. Aber sie wird am meisten Kills hier, wa? 482. 482. Was ist mit dir los? Ich bin dran gekommen mit den Punkten, ja. Ja. Eins, ich hatte das, oder? Ja, du bist super weit. Na, durch die Dings bestimmt hier. Durch die, äh... Die Waffe, die ist gut. Ich brauch Muni. Scheiß drauf, ich hol jetzt schnell. Hat er nicht. Aber du musst doch punchen können, ja? Weil hier steht doch dran, 400, 4500 für eine Punch, da. Ja. Also muss ja doch irgendwas passieren damit, punchen. Ich denke mal, wenn wir alles vorher haben, kannst du bestimmt punchen. Weiterkommen können wir nirgendwo, ne? Keine Filme ist von mir. Eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aber die ist so noch übelstark, überlege ich mal. Runde 21, die macht immer noch. Oh. Wir brauchen nur verfickten meinen Insta-Kill. Aber ich brauche Muni. Oh, das geht nach vorne, Alter. Ich habe einen Knochen. Ich habe einen Knochen. Ich habe einen Knochen. Oh, geil. Jetzt fehlt uns hier echt noch diese eine Challenge. Ich bin doll. Ich bin doll. Ey, warum rennt der Schiff? Vieh eigentlich auch noch zu mir Nur weil ich... Au, schwarz bin Na, ich guck mal an der Kiste, gibt's da irgendwas Besonderes? Naja, die Hunde kommen übel schnell schon, Alter, ja Au Ich hab bloß nur 31 Schuhe Also meine Raygun ist noch... Ich auch Die Raygun ist eigentlich wirklich nur Notnabel, Alter, ja Ich will die Pistin nicht weggeben, Alter! Alter, komm hoch, komm mal Das muss jetzt aber, äh, ich schaff's zu dreiden, dann... Oh, und Ammo, das... Ey, mach ihn hier! Ey, Dicker Die andere knarren grad nachher dann... Total gut, Alter Messer, die weg, Junge! Ich mach nix! Ist vorbei, Digga, ist vorbei, ist gleich vorbei Oh, Messer! Scheiße, hab ich noch nicht geschafft, ey! Ja, 75 ist ganz schön, sag mal, du schaffst ja immer pro Messer vielleicht 10 Stück oder so Ja, das haben wir jetzt schon Ich denk mal noch ein, zwei Insta-Kids Ich denk mal noch ein, zwei Insta-Kids Müsste man sagen Aber es kommen halt zu viele, ja Das ist auch zu riskant Risky Hätte man sich unten das Buggyknife holen, dann ist es schlecht Das Buggyknife, wo war'n das? Lass'n das mal nächste Runde holen Ist auch nicht mehr Insta Das stimmt, siehst du ja Hätten wir gleich von Anfang holen müssen, ja? Ja, da unten im Keller, ja Aber meinst du, dass es nicht mehr Insta ist, ne? Nee Also wenn's ein Endgame gibt, haben wir's auf jeden Fall Denk ich mal drinnen Denk ich mal drinnen Ich hab'n mich gelesen hier Ich hab'n mich gelesen hier Ho, ich hab'n wie'n Velociraptor Aber was war die andere Scheiße dann noch mit den FAS-Footen für Nock? Na das, 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 das Das, das weiß ich nicht Das könnte man sich nochmal Mit Scream anschauen Ja, was da stand die in der Ohe? Ja, ich hab' das so schnell auch nicht gesehen Ich bin nicht so stark, die war wirklich Ich hab'n mich unten abhängig gestellt, ja Weil ich hab'n bloß draufgedrückt, nach oben geguckt Dann ist ja, oh, was ist denn das? Dann stand da irgendwas, ja Oh, ich muss nachladen Ich hab'n alle Granaten raus Ich glaub'n meistens Ohohoho, eine Knalle, eine Pengel, jung Warte mal, Gott, muss ich ihn hinlassen? Achso, ja, wir schmeiß' mal einen Affen raus, sicher Ja, kannst du hier vorne aus dem Fenster schmeißen, da Wo wir raus? Die schießen Genau, daraus Wowowowowowund Und du? Der ist nur runtergeguckt Ich will mal gucken Mutig, mutig, mutig Ey, nein Der hat mich rausgekickt, Alter Warte mal Was? Rund euch feine aus Ja, warte mal Oh, die kommen hier noch Alter Oh, nö, das wird nix Ey, ich komme jetzt, Alter Der Scheißvieh hat mich vorher runtergedrängelt, Alter Das war ihm gerade richtig knapp, Alter Hätt ich jetzt kein Dings gehabt, Alter Kein PhD, wär's tot gewesen 30 Schuss noch, den muss ich wieder neu kaufen Mach ich jetzt einfach Oh, nein Was? Bringt uns ja eh nix Wir brauchen ja eh erstmal Gebt noch Hunde jetzt Runde, Runde Erreicht immer ganz genau, ja Also meine Raygun hat noch 170 Schuss, Alter Nutzt er ja auch nicht Nö Das muss, wo ist Notnagel Und das eben, Alter Der Feuer hier wusste, dass wir mit dem Zwerg da anschießen Dass die dann gepimpt ist Ich schnapp noch ihn um dafür Ich hab die gerade gekriegt Oben noch um so die AK Auch die spinnt Achso, naja, ist doch gut Oh, ich bin leer Ja, ich hab noch 140 Schuss Das war's schon? Ja Ja Das ging Fickfie Also, ich hab 200 Headshots 202 Headshots So ey, die Endgame oder nicht? Ich denke nicht Ich denke ohne Ich hab jetzt auch nicht geschaut, was da stand Wir haben wir Irgendwie, ich glaube Oder? Die E-Sec Ja Also, die E-Sec hat sich auf jeden Fall Glaub ich Ja Machen wir ja gerade eigentlich, oder? Ne Ja, eigentlich nicht Ja, das ist ein Mini-E-Sec Ich hab auch welche Challenge Ich hab auch mal Insta hier Zombies werden uns stärker Ja Ja Die halten schon mehr aus, ja? Ne, bin ich nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Ich denke mal ab 30 Ich bin immer noch mit der Knarre da Ne Ne Hau mal Oh, noch mal zwei Oh, noch mal zwei Oh, ne Wird sie hier Punkte sammeln, ne? 49.000 Oh Oh Boah, ein scheiß fucking Insta, Alter Oh Und dann hier... Wenn du hier einen Train willst, Alter, bist du eigentlich auch verloren, oder? Alter, was ist denn hier los? Oh, ich will mir nochmal gleich Muni. Ich will wohl auch leer gleich. Ey, was ist denn hier nicht mit Kranas da? Ey, was? Ich hab die auch hinauf, Kopfhöhle. Wie siehst du eigentlich an, Ray? Nee, nee, ich mach mal mit dem Fadenkreuz, wenn das rot ist. Ist doch geiler. Ah, ist es an, wie sie hier? Nee, nee, einfach. Du hast die draufhalten. Oh, nein, ich bin runtergefallen. Mann, scheiße, Affe. Ich will, ich schmeißen Affe. Nee. Nee. Ja, das ist gefährlich, sag ich dir. Ach, ich kann auch wieder. Wailgun. Im Anschlag. Wenn das von vorne kommt. Ich hab Granaten, die ich missen, Vorsicht. Ah, die sterben, wir wie fliegen, Alter. Ich brauch Muni, Alter. Wartet mal. Oh, ist. Warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Hey, 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 hey. Ich bin leer. Ah, ihr Hund. Oh Mann Ach Wo bist du mir jetzt oder nicht? Schlechtes noch nicht, kann ich so sagen Oh, der fucking Hund ist hier schon gelockt Ah, ich hab sie jetzt geholt Oh, ich muss nachleihen Oh oh Oh, warte Oh Alter, wa Ey, wie lange soll das jetzt hier gehen? Ja, bis wir die Challenge voll haben Und dann kriegen wir bestimmt auch nur Mele-Power Meinst du? Och, ich hab die Anfangswaffe, oder? Ja, bei Erna hast du morgen was bekommen, aber War da, ja Oh, jetzt kommt Boni, lustig Der ist der erste Zombie, Alter Tja, wir werden's erst wissen, wenn wir Insta haben Ja, schaff'n wir schon Ja, aber Wie lange? Ja 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 Das ist dann zu langweilig Oh Fehlt die Spannung, ja Ja Fehlt Auf was, auf was hin Ja 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 Mach mal ja Müssen er erstmal Ja Insta Und dann Können wir euch fünf, sechs Zombies töten? Hätten wir das mal zuerst gemacht und probieren halt gut und dann... Ja, wusste ja keiner. Können wir noch mal anfangen. Ja, das kanns ja nicht immer. Ohje, dude, ab die Knochen. Auf dem Kopf, perfekt. Ah, wie lange der die Waffen kriegt, wenn Rager noch... ...lange machen, das dauert er nicht. Oh, der hätte mich schon wieder runtergeschmissen. Ich komme, ja? Ja, ich schmeiß mal einen Affen hinten raus. Bitte. Oder, warte. Warte. Nö, hier, hier, ich komme. Oh! Nein! Wegen einen Zombie bis jetzt runter ist. Oh fuck, das hat's gehakt. Hat's ruhig gehakt, Alter. Immer noch. Noch mal. Nein, jetzt bin ich wieder drinnen. Gerade raus hier ran. Hey, ich bin aber auch nicht wieder drinnen. Oh, jetzt häng ich aber. Geh durch. Geh. Gebutgechoen. Wo ist das... Hallo, es ist ein Affe. Wir können die mich angehalten. Ich komm hier nicht durch. Wo ist denn hier? Jetzt haben sie mich auch rausgekickt, alter. Oh, nein, Siegel. Guck, wo ich bin. Ja. Ich kann mir nichts dagegen tun. Ach, fickt euch, alter. Fickt euch, fickt. Oh, hier ist Insta-Kill. Nein. Jetzt kommt ein Insta. Oh, ey, ist doch wirklich zum Kotzen. Schenke, das war's. Ich hab's überlebt. Nein. Ah, scheiße. Scheiße, wo eh nichts mehr los bei der Karte hier. 104.000, alter. Ach.